Ja, schön, dass Sie alle bei uns geblieben sind, so zahlreich. Das freut mich wirklich, dass Sie nicht den Raum gewechselt haben, sondern sich die spannenden Vorträge hier bei uns auf Bühne 1 angucken. Hier geht es gleich los mit einem Vortrag von Jakob Miksch. Wer hat an der Uhr gedreht? Zeitbasierte Geodaten modellieren, abfragen und visualisieren. Wenn Sie Fragen während des Vortrags haben, wissen Sie ja auch schon aus den anderen Vortragen sicherlich, gibt es im Venules rechts neben dem Bild einen Fragenreiter. Dort einfach die Frage stellen. Falls jemand anderes die Frage schon gestellt hat, einfach nochmal hochvoten. Je mehr Stimmen meine Frage hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir diese im Anschluss dann quasi mit Jakob Miksch besprechen. Und von daher bleibt mir jetzt nur viel Spaß zu wünschen und der Vortrag geht los. Bitteschön, Jakob. Hallo, mein Name ist Jakob Miksch. Ich darf Ihnen heute einen Vortrag halten zum Thema Wer hat an der Uhr gedreht? Zeitbasierte Geodaten modellieren, abfragen und visualisieren. Den Vortrag halte ich zusammen mit meinem Kollegen Christian Mayer. Wir sind beide von Maximum. Wir sitzen in der Rheinland-Pfalz in Mutterstadt und bieten Dienstleistungen im Bereich Webmapping, GIS, GDI an und machen alles maßgeschneidte Web-GIS-Lösungen, Softwareentwicklung. Im Prinzip alles rund um Geodaten und auch gern Beratung und Schulung. Ich steige gleich direkt in den Kern des Themas ein, und zwar die Frage der Zeit. In der Geoinformatik beschäftigen wir uns ja eh schon mit zwei bzw. drei Dimensionen, also natürlich X und Y, also vereinfacht gesagt Längen- und Breitengrad, oder auch ab und zu die Z-Dimension, also wenn die Höhe noch mit ins Spiel kommt. Und wir wollen jetzt mal beleuchten, was passiert, wenn man eben noch eine vierte Dimension, also die Zeit, mit dazu nimmt. Wir haben in den vergangenen Monaten und Jahren viel Erfahrungen im Projekt Sauber gesammelt. Dabei geht es um Luftschadstoffe in verschiedenen Städten mit Partnern zu messen, zu verarbeiten, Vorhersagen zu treffen und die ganzen Daten gesammelt in einer Infrastruktur mit offenen Standards bereitzustellen. Im Letzteren war eben unsere Aufgabe und da haben wir eben viel mit zeitbasierten Daten zu tun gehabt, sowohl im Raster- als auch im Vektor-Format. Und da wollen wir jetzt eben ein paar Erkenntnisse teilen. Gleich erstmal als Vektordaten zur Wiederholung. Also vereinfacht gesagt sind es Punkte, Linien, Polygone und werden häufig nach dem Simple Feature Standard modelliert, so dass man jede einzelne Linie, jeder einzelne Punkt, jedes einzelne Polygon ein Feature ist, das verschiedene Attribute hat. Und eine Möglichkeit, die Daten, die Vektordaten mit der Zeit zu modellieren, ist ein Zeitstempel als separates Attribut zu nehmen. Das ist üblicherweise einer, kann prinzipiell aber auch sogar mehrere sein, wenn man, wenn die Daten des Hergebens angenommen hat, jetzt Gebäude und hat ein Datum, wann das gebaut wurde, wann das renoviert wurde und eventuell wann das abgerissen wurde. Also das sind viele Möglichkeiten. Und es ist eben möglich, dass sich da ein Punkt mit einer, der wandert sozusagen durch den Raum und hat verschiedene Zeitpunkte, ist immer noch das gleiche Feature, aber wandert eben umher. Und da kann man eben sagen, der Punkt hier hat eine eigene Geometrie, vielleicht noch die gleiche ID, dass man weiß, dass das ursprünglich dasselbe Objekt war und wird noch mit dem separaten Zeitstempel versehen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man jetzt in dem Fall eine Spur, wo man gelaufen ist, mit den Standorten nachbilden kann. Die Zeit in Rasterdaten wird üblicherweise mit verschiedenen Dateien gemacht. Also man hat pro Zeitstand eine Datei, in der die Daten zu dem entsprechenden Zeitstand enthalten sind. Also in dem Fall wäre das hier zum Beispiel das Jahr 2000, 2001, 2002, 2003 und so weiter. Und die legt man in verschiedenen Dateien ab, am besten mit einem Dateinamen, der sehr selbsterklärend ist. Also üblicherweise den ISO-Zeitstempel und der dann sowohl Menschen als auch Maschinen lesbar ist. Das in Kürze, wie man eben die Daten lokal was sich ablegt. Und man möchte die Daten üblicherweise auch mit anderen Menschen oder Computern, Clients, wie auch immer, teilen. Und dazu stehen mehrere Standards zur Verfügung, auf drei von denen wir jetzt noch genauer eingehen. Und zwar der WebMap-Service, WMS, Webfeature-Service, WFS und der Web-Coverage-Service, WCS. Und zur Wiederholung, der WMS ist im Prinzip, schickt ein Bild von einer bestimmten Karte mit dem entsprechenden Koordinatsystem und der Ausbreitung, also welches Gebiet er umfasst. Und es ist wichtig zu verstehen, dass darin nicht die eigentlichen Daten enthalten sind, sondern nur das Bild der Daten. Wenn man beispielsweise ein Geländemodell nimmt, dann würde man bei einem WMS nur die Pixelwerte, die Farbwerte des Geländemodells bekommen, aber jetzt nicht die Höhenwerte. Das ist wichtig zu wissen, nichtsdestotrotz ist das eigentlich mit der am häufigsten benutzten Standard, also zumindest wenn es ums visuelle Darstellen von Karten im Web geht. Und da sind natürlich auch zeitbasierte Daten enorm wichtig. Man will nämlich nicht nur einen bestimmten Ausschnitt haben, sondern auch von einem bestimmten Zeitstand. Das könnten zum Beispiel historische Daten sein. Da haben wir später ein sehr schönes Beispiel aus der Rheinland-Pfalz. Und wie man das jetzt genau angibt, das kommt jetzt im nächsten Schritt. Und zwar hat der WMS-Standard schon direkt eine Möglichkeit, die Zeit abzufragen mit der Dimension Zeit. Die wird hier in dem Capabilities-Dokument beschrieben. Also das Dokument, das beschreibt, welche Möglichkeiten jetzt von diesem Service ausgehen, also was man abfragen kann. Und hier wird beschrieben, dass ich diesen speziellen Service abfragen kann. Und zwar in einem bestimmten zeitlichen Fenster, das hier angeben wird. Und zwar, das hier ist der Startzeitpunkt mit einem ISO-String definiert. Das ist in dem Fall jetzt der 22. Juli 2020 bis zum 5. Mai 2021. Und dann PT eine Stunde, das heißt in einem Stundenrhythmus. Diese Formulierung, mit der kann man beliebig viele Zeitabstände modellieren. Also man kann jetzt sagen, alle 24 Stunden, alle 30 Sekunden, alle 10 Jahre und auch sehr krumme Zeiteinheiten können damit modelliert werden. In dem Fall sagt es eben, mit dem Zeitraum zwischen diesen beiden Zeitstempeln, mit einem Stundenabständen sind überall Daten vorhanden. Und es gibt einen Default-Wert, das ist dieser hier. Und wenn ich jetzt beispielsweise einen bestimmten Zeitstempel haben möchte, dann mache ich eine WMS-Abfrage. Die enthält die ganzen klassischen Parameter, die man sonst auch kennt. Im Groben ist es jetzt hier, also was jetzt für uns erstmal wichtig ist, ist die Bounding-Box, also die Koordinaten, die das Sichtfeld beschränken, das Koordinatsystem und zusätzlich noch dieser Time-Parameter. Wenn ich den angebe, dann kriege ich eben das Bild zurück von dem bestimmten Zeitstempel. Wenn ich den weglasse, dann wird dieser Zeitstempel genommen, der hier als Default angegeben ist. Beim WFS ist die Sache ein bisschen komplizierter, weil die Zeit im Standard nicht direkt vorgesehen ist. Man muss sozusagen die Attribute des Features selber abfragen mit sogenannten OGC-Filtern, auf die ich dann gleich zu sprechen komme. Und es ist ein größerer Unterschied zwischen WFS1 und WFS2. Und wir haben ja vorher schon gesprochen, wie man die Daten bei sich lokal modellieren kann. Da ist es aber auch so, dass man die natürlich nicht genau in demselben Modell an den Client weitergibt, wie man es sich bei sich abgespeichert hat. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben jetzt Messstationen, die zu bestimmten Zeitbeständen bestimmte Werte messen. Dann kann ich jetzt hier sagen, ich habe die Station Bonn, mein Jahr und meinen Messwert. Und dann wieder Bonn, das Jahr und den Messwert und so weiter. Und diese Daten sind ja relativ redundant. Das hat bestimmte Vorteile, das so abzuspeichern, aber manchmal möchte der Client sie auch in einer anderen Form haben. Und da kann ich sie eben ummodellieren, indem ich mir jetzt beispielsweise alle Werte der Station Bonn zusammenfasse und dann die Messwerte aggregiere. Hier in so einem JSON und das dann als String codiert wird. Das hat den Vorteil, dass ich jetzt quasi von diesem einen Punkt alle Messwerte der Vergangenheit bekomme und das auch ganz einfach über den WFS geteilt werden kann. Das Problem ist, dass dieser Datentyp, der in diesem Property drin hängt, nicht so leicht für alle Clients zu lesen ist. Deswegen kommt es immer auf die Anwendung an, welche Art der Aggregation man eben teilt. Jetzt, wie man konkret mit dem WFS die Zeit abfrägt. Da gibt es jetzt ähnlich, wie man vorher beim WMS gesehen hat, das Koordinatensystem. Und dann kann ich jetzt hier im Filter angeben, welche Boundingbox ich haben möchte und welchen Zeitstempel. Normalerweise gibt es ja auch ein Boundingbox-Schlüsselwertpaar hier. Allerdings, wenn man das in Kombination mit der Zeit benutzt, geht das nicht. Deswegen muss man auch die Boundingbox hier direkt im Filter angeben. Das eben jetzt einmal für WFS. Das ist ein XML, dieser OGC-Filter und schaut jetzt ein bisschen kompliziert aus. Ist im Prinzip gar nicht so kompliziert. Es sind im Prinzip drei verschiedene Abfragen, die gemacht werden. Und zwar einmal soll unser Datum größer oder gleich diesem Datum sein oder kleiner oder gleich diesem Datum. Das ist hier jetzt dasselbe Datum und wir haben das jetzt gleich so genommen, damit wir, wenn man will, sich auch bestimmte Zeitspannen abfragen kann. Und zusätzlich eben noch diese Boundingbox. Da wird jetzt dann hier angeben, was jetzt die Begrenzungen dieser Boundingbox sind. Das ist eben für WFS1. Das hängt man dann jetzt hier an dieses Filter-Property dran. Man sollte es allerdings noch enkodieren, also dass diese ganzen Sonderzeichen in den Browser verständlich umgewandelt werden. Das passiert allerdings normalerweise eh, wenn man das automatisch im Webbrowser eingibt. Wenn man es aber mit einer Programmiersprache abschickt, den Befehl, dann muss man vorher eben das entsprechend enkodieren. Jetzt der Filter für WFS2. Da hat man eben andere Attribute hier. Das heißt nicht mehr OGC, sondern FES. Und im Prinzip passiert das Gleiche wie vorher. Es werden eben wieder diese beiden Zeitfilter genommen und dann eben noch die Boundingbox gefiltert. Dann als dritten Standard, den wir vorstellen, ist der WCS, der Web Covered Service. Der hat Ähnlichkeiten mit dem Web Map Service. Mit dem Unterschied, dass er Rasterdaten liefert, allerdings wirklich die hohen Rasterdaten und nicht nur die Bilder davon. Und da ist das eben auch schon vorgesehen im Standard. Da kann ich dann hier mit dem Subset Time und dann meinen Zeitstempel angeben, von welchem Zeitpunkt ich eben die Daten haben möchte. Und bekomme dann die entsprechende Rasterdatei und kann die dann lokal speichern und mit Qubis beispielsweise weiterbearbeiten. Es gibt noch weitere Standards. Zum Beispiel den OGC API Features, API Maps und API App Coverages. Das ist im Prinzip die Nachfolgestandards von WFS, WMS und Web Covered Service. Die haben wir jetzt noch nicht benutzt, wollen die aber in folgenden Projekten vermehrt einsetzen, weil die eben entscheidende Vorteile haben. Und soweit wir jetzt schon gesehen haben, auch schon die zeitliche Komponente wirklich direkt im Standard mit vorgesehen ist. Zusätzlich möchte ich noch erwähnen, gibt es auch seit einiger Zeit den STAC, Spatial Temperate Asset Catalog. Da gibt es einen separaten Vortrag dazu. Wer da mehr drüber wissen will, den kann ich da einfach weiterleiten. Dann als nächste Frage, wie stellt man solche Services bereit? Also jetzt im konkreten Fall WMS, WFS und WCS. Da sind die Standards-Server, die man eigentlich üblicherweise nimmt, Geo-Server, Map-Server und Qubis-Server eignen sich da. Auch sicher noch weitere Server, aber das sind jetzt die, die wir untersucht haben. Geo-Server und Map-Server können eigentlich alle Features, während Qubis-Server, soweit ich jetzt weiß, WMS-Time nicht direkt unterstützt. Aber WFS kann man eben durchaus mit Zeitunterstützung damit teilen. Dann als Client gibt es prinzipiell, kann jeder Client oder jedes Programm diese Standards lesen, weil sie ja offen dokumentiert sind beziehungsweise jedes Programm könnte so verändert werden, dass sie die Standards liest. Direkt eingebaut hat eben Qubis seit eh schon einiger Zeit. Das zeige ich jetzt auch gleich noch in einer Demo. Dann Open Layers kann damit umgehen, Leaflet auch und sicher auch noch eben weitere. Dann hier haben wir in Qubis ein Layer reingeladen von Global Floods, das sind Regen. Und der ist eben über WMS-Time eingebunden und da kann ich dann hier oben bei Qubis diese Uhr anklicken und kann dann, da wird so ein Widget eingeblendet, mit dem ich da weiter schalten kann. Und da kann ich dann mir sogar das dann automatisch weiterspielen, mir so einen Film erstellen. Und das funktioniert eben auch nicht nur für WMS, sondern auch für WFS. Also sehr spannend, kann ich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Dann haben wir ein Beispiel, bei dem Vecue zum Einsatz kommt. Das ist unser Framework mit des Vue.js und Open Layers miteinander vereint. Dazu gibt es auch noch eine separate Demo-Session. Und in unserem Projekt Sauber, das ich vorher schon erwähnt habe, benutzen wir das, um die Ergebnisse anzuzeigen. Da haben wir jetzt eben einen Client. Der einen WMS anzeigt und den kann man über so einen Schieberegler konfigurieren. Man kann auch, wenn man mag, sich hier so ein Datumswidget nehmen. Oder auch eine Uhr, die könnte dann sogar minutengenau die Daten abfragen, sofern man die Daten eben das hergeben. Und jetzt nochmal einen Sprung nach vorne wieder. Wir haben mit dem WCS-Service, können wir den Layer downloaden. Das hatten wir jetzt hier gerade gesehen, über diesen Download-Knopf. Und dann wird die aktuelle Rasterdatei, die jetzt hier nur visuell angezeigt wird, kann man als Rohdaten direkt runterladen und dann entsprechend weiterverarbeiten. Und zu guter Letzt, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, kann man eben historische Daten auch sehr gut damit anzeigen. Und dazu hat das Landungsvermessungsamt Rheinland-Pfalz, hat die alten oder historischen topografischen Daten alle als WMS-Dienst zur Verfügung gestellt. Und die haben wir in einer Demo-Anwendung auch eingebunden. Die ist eben wieder mit diesem Schieberegler und man kann dann sich einen beliebigen Ort aussuchen und dann die Zeit einstellen und wird dann auf die entsprechende Zeit hingesumt. Und das ist eben sehr interessant, um Veränderungen zu sehen in der Siedlungsstruktur. Und auch kartografisch finde ich es persönlich sehr interessant, auch zu sehen, wie sich jetzt die Karten im Laufe der Jahre, Jahrzehnte verändert haben. Diese Demo kann auch live angeschaut werden, die ist online verfügbar. Der Link ist in der Folie hinterlegt. Zusätzlich noch ein kurzer Hinweis. Es gab vor drei Jahren auch einen Vortrag zum Thema WMS-Time, der auch sehr empfehlenswert ist. Ist auch hier verlinkt, kann man sich angucken. Und damit danken wir und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung. Ja, danke Jakob für diesen wirklich interessanten Vortrag. Ich glaube, ein schöner Einblick, was da alles geht, wo man alles an der Uhr drehen kann. Es gibt eine Frage und dann hätte ich auch noch eine. Und zwar gibt es einen großen Vorteil, anstatt mit WMS, mit WCS, also mit rohen Daten zu arbeiten. Vielleicht kannst du da was zu sagen. Ja, also WMS nimmt man üblicherweise eben nur, wenn man sie visualisieren will und anzeigen im Webbrowser. Und diese WCS ist jetzt nicht da, um es zu visualisieren, sondern wirklich jetzt die Daten selber weiter zu verarbeiten. Also wenn man jetzt ein Höhenmodell hat, dann will ich das üblicherweise, wenn ich es anzeigen will, will ich es mit dem Hillshade anzeigen, weil es dann quasi für das menschliche Auge viel besser zu erkennen ist, was jetzt oben und was unten ist. Aber wenn ich damit das weiterverarbeiten möchte, dann braucht der Computer ja die Höhenwerte von jedem einzelnen Wert. Und insofern ist der WCS eigentlich nur dazu da, um die Rohdaten auszutauschen und WMS erst in mir zum Anzeigen. Genau, dann gab es noch gerade die Frage nach links zu den Vortragsfolien. Ich glaube, den hattest du schon im Chat gepostet, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, richtig, die sind im Chat vorhanden, können online angeguckt werden. Und sonst sicherlich auch quasi dann, doch werden sie nochmal im Programm verlinkt nach der Konferenz. Dann hätte ich noch eine Frage, mit Map-Server und Geo-Server geht das ganze Jahr. Weißt du, wie das mit QGIS-Server aussieht, ob der das auch unterstützt? Jetzt speziell WMS, WCS. Genau, WMST quasi zum Beispiel. WMST geht meines Erachtens nicht, aber WFS geht, weil man ja sozusagen eh das nicht über den offiziellen Weg geht, sondern quasi einfach mit ganz normalen Filtern macht. Wobei ich gesehen habe, dass in Zukunft wird ja auch OGC, die werden wie OGC-APIs von QGIS-Server auch unterstützt und da soll dann auch nativ gleich die Zeitkomponente mit dabei sein. Alles klar. Das klingt doch gut. Dann gucke ich jetzt nochmal, wenn keine weiteren Fragen mehr kommen. Danke ich dir auf jeden Fall nochmal herzlich für den tollen Vortrag und auch dafür, dass du hier für Rede und Antwort quasi zur Verfügung standest.